So, wie sind wir da? Bei dir auch Andreas? Ich glaube die Zuschauer sind auch da. Seid ihr da Zuschauer? Hoffentlich. Boah, hoffentlich. Wenn nicht, dann habt ihr das jetzt eben ver... Ich hoffe mal... So, ich bin jetzt hier inzwischen noch mal ein paar Meter weitergegangen. Och ne, mein Bruder, was will der denn? Und die Landschaft, die sieht mega geil aus. Was ist denn? Äh, tut mir jetzt... Alter, was soll... Das ist, oder? Was ist? Es holt hier gerade rum. Äh... Ey, das... Okay, warte, diesen kleinen Aus, den, äh... Schneiden wir einfach raus, okay? Also, das zählt jetzt nicht, okay? Das zählt was nicht? Also, wir schneiden das jetzt hier gerade raus, den Teil. Ich habe jetzt auch schon Aufnahmen beendet. Das schneiden wir nicht mit rein. Ende mal gerade die Aufnahmen, ich habe jetzt verlassen. Bis gleich, ne? Okay... Irgendwas wird hier jetzt rausgeschnitten, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das wird dann aber nur beim Timo rausgeschnitten, denn bei mir ist hier alles anpluckt. Dann geht das Video eben bei mir, Ed wäre es länger. Da höre ich Hühner. Ah ja, gut, es ist Nacht. Der Timo hat das Spiel verlassen, da kann ich ja schlafen und es ist... Ja, schlaf doch. Ah ja, stimmt. Ich muss warten, 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 warten... So... Hm... Muss ich euch hier irgendwie allein entertainen? Eigentlich ist... Ah... Wisst ihr, eigentlich könnte ich hier schon eine Dachplatte drauf machen. Machen... Ach, das Glas sieht ja neuerdings ein bisschen interessanter aus. Hm... Ähm... Ja, also wie machen wir da ja jetzt? Also ich muss schon sagen... Vielleicht, ähm... Hier können wir die Dachplatte drauf hämmern, aber... Okay, die Dachplatte theoretisch schon hier drauf hämmern. Aber auch schon dort drauf hämmern. Ich weiß jetzt nicht so genau, ähm... Wo wir die jetzt drauf hämmern sollen. Ich meine, hier die Steinwand, die brauchen wir ja eigentlich nicht. Was bedeutet, wir könnten es schon auf... Hier... Hier das drauf hämmern. Hier so. Da weiß ich noch nicht, wie... Oh... Na, das... Das könnte ja drin gelassen werden, aber... Mal grad überlegen. Ja? Wenn ich hier jetzt... Dann müsste ich hier nochmal eine Etage drauf hauen. Wo ich dann hier das Dach drauf hämmer. Weil ich will ja kein glattes Dach machen, sondern so ein... So ein normales Dach eben. Da... 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 Hohohoho... Ähm... Da... Ich kann hier grad mal Brot essen... Äh... Ja, egal. Ähm... Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, wie man... Wie braucht man überhaupt nochmal ein Dach? Ähm... Ähm... Puh... Lass mich mal überlegen. Da ist ein Skelett. Eigentlich wollte ich die Kisten ja auch mal sortieren. Was ist hier unten? Äh... Was? Ja, hier ist... Äh... Ich bin jetzt echt bissl überfragt. Was ist hier so drin? Ohne Eisenhaar nicht. Die könnte ich eigentlich mal anziehen. Ah, ich muss echt mal aufräumen hier. Sowohl in real life als auch hier so in den Kisten. Hm... Wie mache war denn das denn jetzt? So, jetzt sind wir hier auch voll ausgerüstet. Fünf Diamanten. Da haben wir bissl Eisen. Hier war doch auch irgendwo Eisen. Gold, ne Diamanten. Oh, ich hab ne Diamantspitzhacke. Weiß ich ja gar nix von. Ja, jetzt schon. Hier ein Steinschwert rüsten wir da. Oh, da ist ne Eisenspitz. Pfeil. Können wir eigentlich auch mal ein Bohren mitnehmen. Und bissl Pfeile, so. Warte mal kurz. Ich muss ganz kurz diesen... So. Ach... Wie mache ich das denn jetzt? Ähm... Komm schon. So, was? Wenn ich da jetzt nochmal ne Etage mache. Ich glaub das wird von Minecraft... Wenn das ist das schon ein bisschen groß, wenn der jetzt noch eins... Noch... Dachtet... Aber so eins... Ne, ich mach jetzt da noch die Etage. Weil wenn... Das wäre schon... Ja, ich mach jetzt dann... Ich mach jetzt noch die Etage und da setze ich dann das Dach drauf. Da mach ich hier vorne... Dann so ne Art Balkon... Balkon oder sowas. Muss ich mal genauer mir das anschauen. Dafür hab ich auch die Slaps grad eben gemacht. Ich bin mir gerade grad echt irgendwo anders. Ähm... Mhm... Mhm... So, hier drauf bleiben. Ähm... Da setze ich jetzt hier erstmal so Slaps in. Slap... 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 So breit wird das ja definitiv. Ich muss nur ganz normal kurz gucken, wie das denn hier gebaut wurde. Das ist einfach so... Ah, ich breit dafür auch ne... Definitiv auch noch Zäune brauchen. Ja, das ist ja immer ne mickrige Balkon, so. Ähm... Ja, mal schauen, mal schauen, mal schauen, wie das dann gleich so aussieht. Ich hab hier noch die Zäune drangesetzt, ob das so annehmbar ist oder nicht. Da hab ich ja noch Zäune. Ähm... Ähm... Die Sounds haben sich verändert, oder? Die hören sich zumindest gerade etwas anders an. Hier muss ich ein bisschen... Mehr... Das nochmal alles wegklöppeln. Das darf muss ich da drunter setzen. Nämlich... Dein. So... Einer... Nein... So... Aber der Balkon ist schon irgendwie klein. Aber wenn ich da jetzt... Mach ich so... Wenn ich das jetzt noch eins breiter mache, ist es auch wieder zu groß. Nein! 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 So, jetzt hier noch eins hinsetzen. Es ist ja schon jetzt ein Monsterbalkon, aber wenn... Ab... 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 Ne, das ist auch definitiv zu groß. Das sieht nicht mehr normal aus. Das ist zu groß. Ich weiß gar nicht, wie lange ich mich euch jetzt hier unter alleine entertainen muss. Aber so ist der Balkon... Aber so... Ich lasse ihn jetzt einfach mal so. Eine gewisse Größe muss er ja auch haben. Sonst kann man sich da oben ja drauf gar nicht bewegen. So... 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 Ja, das ist annehmbar. Definitiv. Schöner Ausblick. Ja, ja... Der Ausblick ist etwas getrübt, muss man dazu sagen. Dann kann man hier... Perfekt. Andreas? Hallo Timo. Gleich wieder da. Ich bin nur noch grad schnell auf Klo. So... Okay... Ich schau mir grade an, wie ich den Balkon baue. Oh... Oh... Es, ich bin ehrlich Aww... Oh, man... Oh, man... Oh... Oh, man... Oh, man. mal. Oh, man... Oh... Oh. Nee, das sieht behindert aus. Mit dem Doppel-Slap sieht das definitiv behindert aus. Das kann ich so nett machen. Den lass ich mal so. Ich möchte mir da irgendwas überlegen. Was mache ich da denn jetzt? Hm. 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 So, jetzt setze ich das dann doch auf eine Ebene. So, jetzt schlafe ich mich mal kurz schlafen damit Tag ist. Ja. So, noch mein Quater. Buggiebob. Was ist denn hier? Station Error, was ist denn jetzt los? Ich komme nicht mehr auf deinen Server drauf. Oh nein, die Firewall ist doch aus Timo, du müsstest drauf kommen. Ähm. Ja, die neueste Aufnahme, die nicht mit rein bearbeiten, ne? Wie ist? All das, was wir eben aufgenommen haben, nicht mit rein bearbeiten, okay? Was nicht mit rein bearbeiten? Ja, da wo wir eben nochmal angefangen haben, dann ein paar Sekunden später wieder aufgehört haben. Achso. Alles kommt nicht mit rein. Ja, verstanden. Ähm. Ach, das meinst du, wo du angerufen worden bist? Ähm. Ja, einfach da, wo wir gerade eben, ähm. Wo ich gerade eben gesagt hab, so jetzt geht's weiter. Ähm. Und dann aber ein paar Sekunden später wieder gestoppt hab. Achso, dann meinst du, dass wir jetzt quasi da neu starten, ne? Ja. So. Da drauf. Gut. Bitte.